Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fleury. Ich zeige euch heute, wie ihr einen unglaublich leckeren Klassiker zubereitet und zwar eine vegane Lasagne. Gerade jetzt zu Jahresbeginn nehmen sich viele vor, einmal auf Fleisch zu verzichten oder beim Veganuary mitzumachen, also beim veganen Januar. Und dafür sind solche Rezepte ideal, denn sie schmecken genauso gut wie das Original, sind dabei aber rein pflanzlich und unglaublich lecker. Ich nehme dafür heute die pflanzlichen Produkte von Wilav, der Linie von Migros und zwar verwende ich das pflanzliche Hack, pflanzliche Milch, Margarine und den pflanzlichen Reibkäse. Daraus entsteht eine super köstliche Lasagne. Ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie ihr die beste vegane Lasagne zubereitet. Zuerst hacke ich eine Knoblauchzehe klein, schneide eine rote Zwiebel und eine weisse Zwiebel in Stücke. In meiner Pfanne erhitze ich etwas Olivenöl und brate darin die Knoblauchzehe und die Zwiebeln glasig an. Dazu kommt ein Stangensellerie, den schneide ich ebenfalls in kleine Stücke, sowie zwei Karotten, die ich in Stücke schneide. Die gebe ich zu den Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne und brate sie für so fünf Minuten mit an. Dazu gebe ich zwei Packungen vom pflanzlichen Hackfleisch. Wir haben es gerne fleischig mit zwei Packungen. Ihr könnt aber auch alternativ nur eine Packung Hackfleisch nehmen und dazu noch etwas Linsen oder Haferflocken geben oder mehr Gemüse. Das schmeckt auch super lecker als Variante. Das Hackfleisch brate ich mit an. Dazu kommt dann eine Dose passierte Tomaten, sowie vier Esslöffel Tomatenmark. Alles gut vermischen. Dazu kommen Gewürze, ich nehme Salz und Pfeffer und auch italienische Kräuter. Das Ganze lasse ich so für circa 10 bis 15 Minuten köcheln. Dann ist die Fleischsoße auch fertig. Für meine Lasagne koche ich die Blätter kurz vor. Ihr könnt auch Lasagneblätter verwenden, die man nicht vorkochen muss, aber ich mag das lieber, wenn sie schön weich sind für die Lasagne. Darum gebe ich meine Lasagneblätter für vier Minuten in kochendes Wasser und lege sie anschließend auf ein sauberes Geschirrtuch. Für meine Lasagne verwende ich eine selbstgemachte Bechamelsoße. Dafür erhitze ich die pflanzliche Margarine in meinem Topf. Rühre dann Mehl ein mit dem Schneebesen und gebe anschließend die Sojamilch dazu. Gut verrühren, bis ihr eine klumpenfreie Bechamel bekommt. Die Bechamelsoße mit Salz, Pfeffer und gemahlene Muskat würzen. Jetzt sind alle Komponenten fertig und meine Lasagne kann geschichtet werden. Ich nehme dafür meine Auflaufform, gebe zuunterst zu circa zwei bis drei Esslöffel von der Bechamelsoße, verstreiche die Soße und darauf lege ich drei Lasagneblätter. Obendrauf kommt etwas von der Fleischsoße, etwas Bechamelsoße und darauf kommt wieder eine Schicht mit drei Lasagneblätter. Bei mir reicht es circa für drei Schichten. Zu oberst kommt eine Schicht Lasagneblätter, darauf Bechamelsoße und dann noch so gute drei bis vier Esslöffel vom Reifkäse. Jetzt gebe ich meine Lasagne in den vorgeheizten Backofen. Bei 180 Grad braucht sie so für 30 bis 35 Minuten bis sie fertig ist. Wenn ihr Lasagneblätter ohne Vorkochen verwendet, kann sich die Backzeit auf circa 45 Minuten erhöhen. Die Lasagne herausnehmen, kurz stehen lassen, dass sie leicht abkühlt und genießen. Sie schmeckt unglaublich lecker, auch aufgewärmt am nächsten Tag. Das Rezept müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachlesen findet ihr verlinkt auf meinem Blog www.mrsfluri.com Liebt ihr gesunde pflanzliche Rezepte wie diese? Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ist ja jetzt wieder mama crent, wie sie sechs Tage ins Zrusweign Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.